Hänslers schnelle Nummer! Heute ein Klassiker aus der Hänsler Küche und zwar machen wir Süßkartoffel-Chili-Suppe. Dafür jetzt hier eine geschählte Süßkartoffel erst mal klein schneiden, einfach so in grobe Würfel. Eine Zwiebel auch fein herunterschneiden und dann wird das Ganze jetzt hier in einer ordentlichen Flocke Butter angeschwitzt, beides zusammen. Als nächstes haben wir jetzt hier eine Peperoni, die habe ich gerade schon getestet hier. Die hat richtig Zug, weil wir dachten erst, hauen wir auch eine Chili. Normalerweise kannst du eine Chili reinhauen, aber die Peperoni ist eigentlich wie eine Chili und außerdem sieht es im Schnitt nachher schöner für euch aus hier. Gleich mit dazu mit rösten. Nach knapp zwei Minuten rösten in der Butter, hauen wir dazu jetzt hier Zucker und Salz, ist ein Gemisch. Lassen kurz den Zucker ein bisschen leicht ankaramellisieren und dann wird abgelöscht. Mit einem kleinen Schuss Apfelessig und dazu kommt noch Madeira und roter Port. Umrühren, reduzieren lassen. Hier sieht man jetzt ein bisschen Sud ist noch drin, der wirkt auch schon so ein bisschen abgebunden. Das ist der Moment, wo ihr mit Brühe auffüllt, die Hitze reduziert auf mittlere Hitze und dann das Ganze erst mal gar kochen lassen. Gucken wir mal. Jawoll, Süßkartoffel ist weich. Das ist der Moment. Sahne dazu. Noch einmal so ein bisschen durchköcheln lassen und währenddessen kümmern wir uns um die Einlage dafür. Wir bleiben jetzt mal voll vegetarisch bei der Suppe. Gibt es gebratene Avocado? Ganz simpel. Einfach hier. Ihr wisst ja, einmal umdrehen. Dann aus der Schale rausholen. Hier das Gleiche. Vorsichtig einschlagen. Auch rausholen. Und dann schneiden wir die Avocado. Einfach hier halbieren. Sozusagen sechs kleine Teile. Und dann braten wir die jetzt gleich im Bratöl an. Wichtig beim Avocado braten. Reinschmeißen und nicht groß bewegen. Die muss erstmal außen so eine Kruste bekommen und dann schwenken wir sie. Und jetzt pass auf, jetzt gibt es noch die Geheimzutat zur Suppe. Die schreibe ich nicht mit rein in die Einkaufsweise. Das ist nur für die, die wirklich dieses Video gucken. Und zwar macht ihr noch eine Handvoll weiße Schokolade rein. Das rohnet den Geschmack noch mal richtig ab. Das schmilzt jetzt. Und dann mixen wir das Ganze. Also, für alle die, die immer fleißig gucken und nicht nur hinten und vorne gucken, das ist die Geheimzutat. Sahne hat kräftig gekocht. Geheimzutat ist drin. Und jetzt mit dem Stabmixer fein mixen. Wenn ihr einen Standmixer habt, geht das natürlich auch. Jawoll. Das sieht doch gut aus. Jetzt hier, kurz Avocado. Zwischendurch habe ich sie geschwenkt, aber denkt dran, am Anfang immer erst mal braten lassen, nicht bewegen, dass sie eine Kruste kriegt. Und dann könnt ihr irgendwann anfangen, ein bisschen zu schwenken. Guck mal hier. Das sieht gut aus. Was ich jetzt aber noch machen würde, schnell noch ein bisschen Gewürzsalz auf die Avocado. Und dann wird angerichtet. Suppe, gebratener Avocado rein. Noch ein bisschen fein geschnittenen Schnittlauch. Und dann heißt es, guten Appetit. Ich kenne diese Suppe in- und auswendig, habe in einem offenen Restaurant gemacht, deswegen what should I say? Immer noch happy day. Hier ist die Einkaufsliste. Und die Einkaufsliste für Süßkartoffel, Chili-Suppe für zwei Personen, braucht ihr 52 Gramm Süßkartoffeln, eine weiße Zwiebel, 50 Gramm Butter, je 40 Milliliter Madeira und roten Portwein. Ihr braucht ein bisschen Schuss Apfelessig, 600 Milliliter Brühe, am besten Gemüsebrühe, eine rote Perperoni, je ein Teelöffel Salz, Zucker, 200 Milliliter Sahne und eine Avocado. Das war Hensslers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter hensslers-schnelle-nummer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.